Untertitelung des ZDF für funk, 2017 16. Woher kennen Sie Mutter? Sie ist nicht von dir. Doch. Das heißt, du bist verflucht worden von einem Cheyenne. Du sollst getötet werden von deinem Sohn. Wer immer Ihnen das angetan hat, nicht auszumalen, was der mit meiner Gippling vorhat. Weißt du, wo der Bankdirektor ist? Er hat Menschen getötet. Und ich habe ihn geboren. Sag mir, wo dein Junge ist. Lass ihn laufen. Wir suchen einen Mann, der sich hier in der Gegend auffällt. Er tötet seine eigenen Kinder. Erzähl mir alles über den Zwilling. Sag mir seinen Namen. Es gibt keinen Zwilling. Da hat dir jemand was Falsches erzählt. Sie wissen nicht, was kommt. Ein paar junge Burschen sind hier durchgeritten. Will nur wissen, wo die hinwollen. Eine Menge unterschiedlicher Vögel kommen hier durch. Sie werden Blut an ihren Händen haben, Sir. Wer war das? Dein Vater. Du musst die Stadt verlassen. Er sucht nach dir. Ich habe keine Angst vor ihm. Wissen Sie, wo mein Vater ist? Ja, weiß ich. Sie müssen mir was versprechen. Was denn? Legen Sie den Mistkerl um. Was denn so, wie geht's denn? Was denn so, wie geht's denn? Was denn? Was denn so, wie geht's denn?